Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute mal wieder im Gespräch mit der Diplom-Psychologin und Autismus-Expertin Melanie Matzjes-Köhler. Mein Name ist Tom Harrendorf. Ich bin mehrfach diagnostizierter Autist, Autismus-Coach www.autismus-spektrum.info. Ja, und heute sprechen wir über eine, wie ich finde, sehr interessante Frage, die ich mal betiteln möchte mit Autismus und Rechthaberei. Gibt es Rechthaberei bei Autisten und wenn ja, warum? Wir hatten vor ein paar Wochen schon einen gemeinsamen Talk, also das heißt die liebe Melanie und ich. Und da hatten wir euch ja auch dazu aufgefordert, uns Fragen zu stellen. Ja, und eine dieser Fragen hat gelautet. Ich lese sie an dieser Stelle kurz vor. Zitat, gibt es auch Autisten, die ständig andere Leute beleidigen und sogar von sich überzeugt sind, wenn man sie auf ihre Fehler hinweist? Gibt es Autisten, die über andere losziehen? Ich dachte immer, die hätten einen großen Gerechtigkeitssinn. Ja, das war die Frage, dessen unsere gemeinsame Aufgabe heute ist, die hoffentlich gut und zufriedenstellend zu beantworten. Ich selber habe ja auf YouTube inzwischen den Spitznamen Tom Beharendorf. Ich hoffe ja immer noch, dass Behaaren und Rechthaberei qualitative Unterschiede hat, dass es einen qualitativen Unterschied gibt. Aber ich, auch ich persönlich, würde jetzt erstmal sagen, von mir aus, ja, Autisten haben teilweise durchaus einen Hang zur Rechthaberei. Und das findet man teilweise auch in der Fachliteratur. Ja, jetzt, liebe Melanie, interessiert mich natürlich, was hast du als Fachperson und mit 25 Jahren Erfahrung im Bereich Autismus dazu zu sagen? Ja, hallo erstmal, Tom. Danke wieder für die Einladung, unsere Dritte heute. Es ist tatsächlich interessant. Es ist wirklich so, dass autistische Menschen sehr stark auf ihrem persönlichen Standpunkt beharren können. Wir könnten das als Rechthaberei bezeichnen. Ich habe so ein bisschen überlegt, auch im Vorfeld schon, womit das, also was es damit auf sich hat. Und ich glaube, dass es halt verschiedene Aspekte gibt. Also zum einen der Aspekt, dass natürlich Autisten, die sehr, sag ich mal, in ihrem Monokanal auf ein bestimmtes Thema oder einen Sachverhalt konzentriert sind, sehr viel über dieses Thema wissen. Das wissen wir ja in Bezug auf die Spezialinteressen. Also wenn da genügend Interesse dahinter steckt, gewisse Intensität und eine sehr eng begrenzte oder ein eng umrissenes Interessenfeld vorliegt, dann haben sie da auch wirklich eine große Ahnung. Und da kann man wahrscheinlich tatsächlich auch sagen, okay, in vielerlei Hinsicht übersteigt das Wissen vielleicht auch das anderer Menschen in diesem Bereich, in diesem eng umrissenen. Und insofern haben sie natürlich in Bezug auf bestimmte Fakten recht. Das Problem ist, glaube ich, auch gar nicht so sehr, dass sie recht haben oder nicht, sondern das Problem ist eher, dass sie auch hier wieder, wie wir es ja auch beim letzten Mal schon gesagt haben, die sozialen Aspekte nicht so wirklich berücksichtigen. Also wenn ich jetzt mit jemandem im Gespräch bin und ich tausche mich über ein Sachverhalt aus, wo ich genau weiß, ich habe Recht, dann würde ich als autistischer Mensch davon nicht abrücken, weil ich immer wieder sagen würde, ja, ich habe aber Recht, hier sind die Fakten und du musst jetzt davon überzeugt werden. Ich berücksichtige da jetzt aber nicht diesen sozialen Aspekt, der ja dann vielleicht darin bestehen könnte, zu sagen, okay, ich weiß zwar, ich habe Recht, aber um das jetzt nicht eskalieren zu lassen oder um den anderen nicht zu verärgern oder um jetzt die Zusammenarbeit nicht zu gefährden, gehe ich jetzt von meinem Standpunkt ein Stückchen zurück oder trete ein Stückchen zurück. Das machen die meisten autistischen Menschen so nicht, sondern wir stehen da drauf, auf Teufel komm raus und das, glaube ich, ist das, was es dann oftmals zum Eskalieren bringt in so einer Diskussion auch. Würde ich so unterschreiben, ja, ich würde auch noch die, ja, das Gesagte etwas erweitern wollen. Ich glaube zum einen, dass man nochmal hervorheben sollte auch in diesem Zusammenhang und das ist ja auch eine Lektion, die ich auf meinem Lebensweg erst, ja, schmerzlich, muss man ganz klar sagen, lernen musste, dass es ja in vielen Gesprächen überhaupt gar nicht um sachliche Richtigkeit oder noch nicht mal überhaupt um ein Sachthema geht. Das heißt, meistens, in den allermeisten Fällen, in den allermeisten Fällen treffen sich ja Menschen, um zusammen eine gute Zeit miteinander zu verbringen. Und wenn da irgendwelche Themen, die für Autisten vielleicht wie reine Sachthemen wirken, dann besprochen werden, dann tun diese Menschen das vielleicht einfach nur als Aufhänger oder, ja, als, ich sage mal, als Anlass für die eigentliche Sache, nämlich das Gute und Nette miteinander zusammen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum nicht-autistischen Menschen eben diese sachliche Richtigkeit auch gar nicht so wichtig ist in vielen, vielen Fällen. Also es geht ja nicht nur darum, dass man vielleicht auch auf das Ego des Gegenübers Rücksicht nimmt, also ihm jetzt sozusagen sprichwörtlich unter die Nase zu reiben, dass er jetzt einen Fehler gemacht hat, was für ihn eine Kränkung darstellen könnte. Und wenn man weiß, der ist leicht kränkbar, dann sollte man es lieber lassen. Sondern es geht ja ganz, ganz häufig noch nicht einmal um das. Es geht einfach nur um das gute Gefühl miteinander zu haben. Und da kann natürlich auch dieses Abgleiten oder Beharren oder Verbleiben auf der Sachebene ja auch einfach stören. Und ein anderer Aspekt, den ich auch noch mit einbringen möchte, ist natürlich, dass viele Autisten auch durch die schlechten Erfahrungen, die sie mit anderen gemacht haben, es ist ein Thema, das habe ich hier auf YouTube auch schon häufiger besprochen, auch natürlich einen gewissen Perfektionismus entwickelt haben. Das heißt, sie wurden in der Vergangenheit häufig nicht ernst genommen, sie wurden gemobbt. Und wenn ihnen dann in einer sachlichen Diskussion ein Fehler passiert, den sie vielleicht sogar selber erkennen, also das war ja auch hier Gegenstand tatsächlich der Frage, also die sogar von sich überzeugt sind, wenn man sie auf ihre Fehler hinweist, da ist auch meine Erfahrung, das kenne ich auch von mir selbst, dass viele Autisten ja das sogar dann einsehen und wissen, aber dann trotzdem in einem perfektionistischen Modus der Rechthaberei verbleiben, weil sie in dem Gespräch sozusagen nicht als Verlierer rausgehen möchten, weil sie Angst haben, wenn ihnen jetzt ein Fehler nachgewiesen wird, dann kann es passieren, dass sie im sozialen Rang sozusagen absteigen, dann ist das ganz schlimm, dann werden sie vielleicht wieder Mobbingopfer und dass sie dann sozusagen aus diesem Angstgefühl heraus dann tatsächlich rechthaberisch auch auf Sachen behaaren oder Gespräche versuchen irgendwie noch so zu drehen und zu wenden, dass sie am Ende irgendwie als Gewinner rausgehen, selbst dann, wenn sie eigentlich wissen, naja, so ganz recht hatten sie doch nicht. Ja, das kann sehr gut sein, das passt, ja. Zumindestens meine Erfahrung, ne? Genau. Und vielleicht kommt auch noch der Aspekt des Unflexiblen, man sagt ja so ein bisschen unflexibles Denken, der kommt dann vielleicht ja auch noch mit da rein, dass man also Schwierigkeiten hat, jetzt auch wieder ein bisschen auf die Theory of Mind bezogen, andere Perspektiven überhaupt so ein bisschen mit einzubeziehen in den eigenen Standpunkt. Also das ist jetzt nochmal ein Aspekt mehr. Also in dem Moment, wo ich mir mein Gedankengebäude aufgebaut habe als autistischer Mensch, ich versuche mich da rein zu versetzen und ich beziehe aber andere Perspektiven gar nicht so ein, weil ich mich ja zum Beispiel gar nicht so austausche, gar nicht so in der Interaktion mit anderen bin. Dadurch bleibt natürlich mein eigener Standpunkt auch sehr unflexibel. So, das ist vielleicht auch noch ein ganz interessanter Punkt, den man allerdings nicht nur bei Autisten natürlich antrifft, ne? Naja, Autisten haben ja auch häufig tatsächlich dieses sogenannte Dichotome-Denken. Also das heißt also in einem, ja, wie soll ich das sagen, sie denken häufig in einem Schwarz-Weiß-Muster. Schlicht und ergreifend, weil sie es auch teilweise nicht anders können. Also es fällt ihnen teilweise sehr, sehr schwer, ja, den, also für Autisten gibt es immer ganz oder gar nicht. Pauschale Aussage von mir. Und selbst wenn ich diese pauschale Aussage mache, wären wir eigentlich schon de facto ganz tief im Thema, weil ich genau weiß, dass es dann Autisten gibt, die jetzt sagen würden, ja, das ist immer so oder nein, das ist immer so, ist es nicht immer so. Oder auch bei diesem Thema um das Autismus-Spektrum, das ja eigentlich einen fließenden Übergang zur Normalität bildet. Das ist ja auch eine Sache. Da gibt es für die Autisten auch immer nur, bin ich jetzt Autist zu 100 Prozent oder bin ich zu 100 Prozent kein Autist? Und es fällt halt sehr, sehr schwer, diese fließenden Übergänge und diese Grautöne in die eigene Sichtweise mit einzubringen. Vielleicht auch wahrzunehmen und anzuerkennen, dass es über bestimmte Fragen, wie zum Beispiel Geschmäcker, gibt es nicht die eine richtige und die andere falsche Antwort, sondern es gibt halt eine ganze große Masse an Perspektiven auf diese, ja, auf die verschiedensten Dinge. Und ja, ich glaube, das könnte auch so ein bisschen was damit zu tun haben, dass Autisten ja sehr detailfokussiert denken. Also so nach dem Motto, es gibt jetzt ein großes Denkgebäude, das ist vergleichbar mit einer mechanischen Uhr und wenn mir da jetzt ein Nicht-Autist irgendwas erzählt und irgendeins dieser Zahnräder kommt mir nicht ganz passig vor, dann glaube ich, seine Erzählung oder seine Meinung oder seine Ansicht ist in der Gänze falsch, weil das halt mit so einer mechanischen Uhr verglichen wird und da hat der Autist dann dieses kleine Zahnrad total im Fokus und sagt sich, naja, bei einer Uhr ist es ja auch so, wenn da ein einziges Zahnrad nicht funktioniert, dann wird die ganze Uhr am Ende nicht laufen. Und manchmal ist man dann so sehr auf dieses eine Zahnrad fokussiert, dass man nicht merkt, dass die ganze Uhr vielleicht trotzdem läuft, vielleicht auch, vielleicht nicht ganz so sauber läuft, aber sie läuft und sie läuft ausreichend gut und ich glaube, das ist auch so ein Aspekt bei dieser Sache mit der Rechthaberei sozusagen. Ja, das stimmt, aber vielleicht sollten wir auch nochmal den Aspekt erwähnen, dass die meisten Autisten dieses Rechthaberische jetzt auch nicht demonstrieren, um zum Beispiel nicht-autistische Menschen zu brüskieren oder sowas, oder das vielleicht auch nicht diese Absicht hat, die ihnen vielleicht unterstellt wird, in welcher Hinsicht auch immer, sondern sie wollen wirklich, wie du gesagt hast, nur auf diese Uhr rekurrieren, also sagen, das ist genau so, weil und so weiter. Es geht also um den Fakt, es geht um diese Sachebene. Ja, und das ist halt was anderes als bei den meisten sogenannten Entes, die immer auf dieser emotionalen Ebene sind und sich dann zum Beispiel persönlich da auch angegriffen fühlen oder das Gefühl bekommen, der autistische Mensch ist jetzt besonders arrogant oder hat irgendeine andere Absicht hinter seinem Verhalten. Ich glaube, diese Absicht haben die meisten ja gar nicht, sondern sie wollen tatsächlich nur ein Sachverhalt klären oder eben darauf bestehen, dass der aus ihrer Sicht eben so richtig ist. Das ist vielleicht auch noch mal ganz interessant, um diese beiden Perspektiven darauf noch mal zu erwähnen. Genau. Jetzt war auch die Frage, das war der letzte Teil der Frage, nach dem Gerechtigkeitssinn von Autisten auch. Das ist ja durchaus auch eine Sache, die man ebenfalls in der Literatur lesen kann, dass Autisten ein sehr hohes Gerechtigkeitsempfinden haben. Ich weiß noch, bei meiner Diagnostik damals beim Dr. Dr. Andreas Riedel, der hat mir auch die Frage gestellt, wie hoch ich meinen Gerechtigkeitssinn einschätzen würde. Und ich habe auf einer Skala von 1 bis 10 und ich habe sofort gesagt, 10, 10, 10, Gerechtigkeit, das ist mir über alles wichtig. Und es gibt auch, mir fällt jetzt gerade der Name nicht mehr ein, es gibt eine ganz bekannte Doku über drei, ich glaube, das waren alles drei Asperger-Autisten, hier auch auf YouTube einzusehen. Die lief dann irgendwann mal im Fernsehen, das ist jetzt schon 10, 15 Jahre her. Und ein Autist, der hieß Hendrik, ich weiß nicht, diese Doku kennst du vielleicht. Die hat jeder, der länger ein Thema ist, kennt diese Doku. Und da ist eine Szene zu sehen, wo Hendrik mit seiner Mutter am Bahnhof unterwegs ist. Ach, ja, Hendrik selbst. Genau. Und die Mutter hat dann irgendwie, ich weiß nicht mehr aus welchem Grund, ein Wasser weggekippt oder weggeworfen. Und da ist dann der Hendrik tatsächlich völlig, ja, wie soll ich das sagen, überemotionalisiert, ist jetzt eine ungewollte Wertung. Aber sage ich mal, er ist sehr aus dem Häuschen gewesen, hat sich da extrem brüskiert, hat angefangen laut zu werden, zu weinen, weil er halt meinte, das ist ja ganz schlimm, es gibt Menschen auf der Welt, die haben gar kein Wasser zu trinken und du wirfst jetzt hier dieses Wasser weg. Und die Mutter hat dann damals in dieser Doku da versucht, ihn zu beruhigen und gesagt, ja, alles richtig, aber es ist nur ein Schluck Wasser. Und ich fand das damals total sympathisch, muss ich sagen, weil ich da mitfühlen konnte, obwohl mir natürlich als Zuseher dieser Dokumentation auch irgendwie bewusst war, dass die Situation als solches natürlich absurd war. Wobei ich mich selber in anderen Situationen wahrscheinlich auch schon ähnlich verhalten habe. Genau, also ich würde das schon sagen mit dem Gerechtigkeitssinn. Wie kommt es deiner Meinung nach dazu, dass dann, ja, manche Autisten sich vielleicht dann trotzdem, sage ich mal, ungerecht verhalten? Also man würde jetzt ja als Nicht-Autist, wenn dort ein Autist ist, der rechthaberisch ist oder der Forderungen aufstellt, die für andere absurd wirken oder dann vielleicht auch, wie es hier in dem Kommentar hieß, über andere loszieht. Auch das kann natürlich sein. Ja, Autisten sind auch nur Menschen. Autisten haben auch ein Ego und schießen manchmal übers Ziel hinaus. Das passiert mir auch. Wie passt das für dich zusammen? Hast du da eine spontane Idee, eine spontane Eingebung zu? Wie würdest du dieses Thema mit dem Gerechtigkeitssinn beurteilen? Naja, also zum einen ist das natürlich eigentlich eine schöne Eigenschaft auf irgendeine Art und Weise. Der Hendrik hat, ich glaube, das war ein Kellner, der das dann irgendwie, jetzt habe ich mal recht in Anführungsstrichen, nee, Quatsch, aber der hat, glaube ich, das Wasser abgeräumt oder so und die saßen noch im Café, ist auch völlig egal. Also auf jeden Fall hat er daraufhin den Kellner ganz stark kritisiert dafür, dass der jetzt eben nicht darauf achtet und so weiter. Was auf der einen Seite sehr schön ist, dass er so denkt und so fühlt. Das ist bei allen anderen Autisten, die Gerechtigkeitssinn haben, eben auch so. Zumindest aus ihrer Sicht, sie meinen, da recht zu haben. Es passt natürlich, ich sage mal so, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, dann geht es ja in die Richtung, oder für mich zumindest in die Richtung, dass es dann eben auf der sozialen Ebene wieder mit anderen Menschen in Konfrontation gehen kann, wenn eben dieser Gerechtigkeitssinn über alles andere gestellt wird und man dann eben in diesem Gerechtigkeitssinn verharrt und dann eben rübergeht in Beleidigung. War das so ein bisschen die Richtung, in die du gefragt hast? Das war auch so ein bisschen, ja, das ist jetzt meine Interpretation gewesen von der Frage. Also hier geht es ja, also es war ja die Rede von, gibt es Autisten, die über andere losziehen? Und der nächste Satz ist dann, ich dachte immer die, also die Autisten hätten einen großen Gerechtigkeitssinn. Und über andere losziehen, das verstehe ich jetzt ein bisschen, unflätig werden, übers Ziel hinausschießen halt. Ja, na klar, das ist natürlich, wenn man über andere wiederum herzieht, dann ist da natürlich ein Aspekt von Ungerechtigkeit mit dabei, was sich eigentlich nicht so verträgt, aber vielleicht sind es zwei verschiedene Dinge. Also, oder sagen wir mal so, in dem Moment, wo ein Autist vielleicht zu stark der Meinung ist, Recht zu haben, dreht sich das um in beleidigendes Verhalten, weil er es nicht akzeptieren kann, dass der andere das anders sieht. Und da ist er wieder sehr unflexibel und das kann dann wahrscheinlich in dem Moment kippen. Und dann wird er selber ungerecht, ohne dass er das merkt. Also er ist ja selber immer noch davon absolut überzeugt, wie Hendrik in dem Fall zum Beispiel auch, dass das nicht richtig war, dass man das nicht weggießen darf und könnte dann in dem Moment seinerseits überschießen in der Reaktion dem anderen gegenüber, dem Kellner gegenüber oder, oder, oder. Ich glaube, die Mutter hat ihn dann ja auch mehr oder weniger rausbuxiert aus dem Restaurant und die haben draußen davor dann noch zu Ende diskutiert. Ich erinnere mich sehr gut an die Szene, weil ich die oft gezeigt habe in Fortbildungen und die Teilnehmer dann auch sehr heftig darüber diskutiert haben. Also dass es ihnen auch wirklich nahe ging und sie dann sich da wirklich drüber austauschen wollten, über diese sehr heftige Reaktion, weil er ja doch sehr stark weinte und wirklich richtig verzweifelt war. Und wir uns auch gefragt haben, wie kommt das? Wie kommt diese sehr starke Reaktion in dem Moment? Obwohl es ja nur eine isolierte Situation war, die man ja gar nicht so übertragen konnte. Aber da hat er eben auch dieses unflexible Denken gehabt. Und wenn das dann so empfunden wird, so ein ganz starkes Empfinden von, das ist jetzt so ungerecht gewesen, dann glaube ich, kann das schon auch wieder kippen und dazu führen, dass auch ein Autist andere dann seinerseits beleidigt, die nicht seiner Meinung sind. Ich glaube, das ist gerade ein Gedanke, der mir auch noch gekommen ist. Man würde jetzt ja instinktiv erstmal sagen, gerade im Zwischenmenschlichen muss ja Gerechtigkeit über allen stehen. Ich glaube aber, dass das in dieser vollendeten Konsequenz nicht die schlussendliche Wahrheit tatsächlich ist, weil ja die Welt gar nicht gerecht ist. Und das fällt, glaube ich, auch für Autisten oder Autisten, die ja selber viel Benachteiligung, wenn das in diesem Fall das richtige Wort ist, erfahren haben oder sehr viel Schmähung, Ausgrenzung, schwerer Lebensphasen durchlebt haben, fällt ihnen das schwer, das zu akzeptieren oder zu sehen. Ich mache jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Es gibt, also zwei Kinder werden geboren und das eine Kind ist vielleicht nach unseren gesellschaftlichen Schönheitsstandards sehr schön und das andere Kind vielleicht weniger schön. Oder, um bei der Intelligenz zu sein, das eine Kind hat eine sehr hohe Intelligenz, im Sinne von IQ-Tests, das, was man messen kann, wie auch immer, der andere weniger. So, jetzt werden natürlich, zumindest ist das meine Ansicht, alle Kinder frei und unschuldig geboren. Und ja, jetzt würde man natürlich sagen, das ist ja jetzt ungerecht sozusagen, dass jetzt zwei Kinder da mit unterschiedlichen Voraussetzungen geboren werden. Und deswegen müsste es nach dem Gerechtigkeitsempfinden natürlich insbesondere derjenigen, die viel vielleicht auch ein für sie problematisches Los ziehen mussten, weil sie zum Beispiel Autisten sind in einer neurotypischen Welt und ohne das zu werten, natürlich in einer Minderheit sind. Ja, haben sie, glaube ich, so ein bisschen das Bedürfnis auch, dass es da einen Ausgleich geben möge. Und für sie wäre dann zum Beispiel Gerechtigkeit, dass die intelligentere Person oder die schönere Person ja dadurch keine Vorteile erzielen kann oder dass die Nachteile, die der Autist hat, irgendwie gesellschaftlich oder durch andere Umstände vollumfänglich ausgeglichen werden würde unter dem Überbegriff Inklusion oder wie auch immer. Und dass das eben häufig nicht stattfindet und dass es, glaube ich, und darauf möchte ich jetzt hinaus, da die Gesellschaft ja auch aus unterschiedlichen Blasen und unterschiedlichen Schichten besteht, dass da die Lösung nicht ist, dass man, ich sage jetzt irgendwas, ja, dass man jetzt nicht zum Beispiel die gängigen Schönheitsideale einfach abschafft oder versucht wegzudiskutieren oder bestimmte Intelligenzbegriffe oder Testungen abschafft oder wegzudiskutieren, um diese vermeintliche Ungerechtigkeit wegzumachen, wegzudiskutieren, sondern dass man vielleicht einfach akzeptieren lernt, dass der eine in seiner Blase ja einfach aus den Voraussetzungen, die bei ihm angeboren sind oder weil er Geld geerbt hat oder warum auch immer einfach bessere Chancen hat. Ja, das ist aber in dem Sinne nicht ungerecht, dass man das dem anderen vorwerfen könnte. Aber ich glaube, dass das so ein Fehldenken ist, das viele Autisten häufig machen, nicht nur Autisten übrigens, aber dass das so ein Fehlgedanke ist, der ja auch durch das Inklusionsparadigma, das wir momentan haben, dass man da halt hinkommt. Also die Gesellschaft behindert den Autisten und nicht der Autist ist in oder aus sich selber heraus behindert. War dieser sehr komplex und umständlich formulierte Gedanke überhaupt noch verständlich? Ja, also es geht ja in Richtung Chancengleichheit. Das haben wir ja in verschiedenen Bereichen. Genau, richtig. Genau, Frauen, Männer und so weiter. Ja, also das ist sicher, das muss man wahrscheinlich sehr differenziert betrachten, aber alles in allem gesehen hast du natürlich erst mal komplett recht, weil das Leben grundsätzlich, glaube ich, einfach auch gar nicht darauf angelegt ist, in allem gerecht zu sein. Also jeder hat in seinem Bereich vielleicht Vorzüge, der andere in anderen. Ja, also wenn wir da zurückgehen, die Wurzeln der Menschheit und so weiter, in der Natur und was weiß ich, der Stärker hier und da. Also es ist einfach, es ist nicht darauf angelegt, dass jeder in allem gleich gut, gleich schön begabt. Das ist einfach nicht so. Das entspricht nicht der Realität. Da ist eben die Natur sehr vielfältig. Und da ist für mich die Lösung grundsätzlich auch zu sagen, das muss man genau so auch akzeptieren. Und jeder sollte mit sich realistisch umgehen und sagen, das sind meine persönlichen Stärken, das sind aber auch meine Schwächen und ich muss hier in der Gesellschaft, so wie sie im Moment strukturiert ist, meinen Platz finden. Aber natürlich auch, muss gesehen werden oder muss die Gesellschaft natürlich auch sehen, wie kann ich eine bestimmte Chancengleichheit zwischen Menschen herstellen. Ich kann jetzt natürlich nicht eine bestimmte Minderheit komplett außen vor lassen und denen jetzt ihrem Schicksal da überlassen, sondern ich sollte schon auch die Hand ausstrecken, so wie wir es ja auch versuchen. Aber dafür gibt es natürlich auch zu wenig Ressourcen, finanzielle, personelle. Und das ist halt was, was einfach nicht funktioniert aus ganz verschiedenen Gründen. Und es ist schwer, die genau zu definieren. Das ist, wie gesagt, eine sehr differenzierte Thematik, wo man ganz stark in die Komplexität einsteigen müsste. Aber natürlich ist der erste Schritt zu sagen, die Welt als solche ist nicht genau gleich für alle. Das ist einfach nicht. Nicht jeder Mensch ist gleich intelligent und das haben wir ja früher auch gehabt, die Diskussion, wo wir sagten, ja, der Mensch kommt wie so ein weißes Blatt auf die Welt und jeder hat die gleiche Möglichkeit, bestimmte Ziele zu erreichen. Nee, hat er halt nicht. Nicht jeder kann Musiker werden, weil nicht jeder total begabt ist, zum Beispiel im Streichinstrumenten erlernen oder so. Da gibt es eben Unterschiede. Da kann man nicht sagen, ihr könnt alle Solo-Chillisten werden, wenn ihr es nur richtig anstellt. So einfach ist es halt nicht. Und das muss man berücksichtigen. Ohne zu vergessen, dass man natürlich auch hier und da versuchen kann, Brücken zu bauen. Aber es ist wirklich schwer. Und ich glaube, da haben wir auch noch viel zu tun. Da müssen wir ja auch gucken, wie gehen wir damit um. Ja, und ich glaube, ja, und ich glaube, wenn ich auch das noch mal kurz ausformulieren darf, weil mir das auch, während du gerade geredet hast, auch noch mal klar geworden ist, für mich meine Wahrheit, nicht die universelle Wahrheit natürlich, ja, diese Chancengleichheit, die sollte mehr oder weniger umfassend gewährleistet werden. Das ist natürlich eine Sache, die muss von der Politik ausgehen. Das ist meine Meinung. Das ist nicht unbedingt die Aufgabe des Individuums. Man kann jetzt sehr schwer oder nur sehr eingeschränkt und insbesondere ohne, dass es eine persönliche Bindung oder eine persönliche Notwendigkeit gäbe, zum Beispiel von irgendjemandem verlangen, er möge jetzt auf bestimmte Privilegien oder wie auch immer freiwillig verzichten. Da muss jetzt die Politik kommen und die muss dann, mit welchem Instrument auch immer, jeder, der diesen Kanal länger verfolgt, weiß, aus dem Thema Politik halte ich mich weitestgehend raus, aber über Quoten, über Regeln, über Gesetze, Gleichstellung, Inklusion etc. pp. muss das halt geregelt werden, dass eben auch einzelne Individuen auch gar nicht vor diese schweren Entscheidungen gestellt werden, jetzt freiwillig ein Privileg abzugeben gegenüber einer Person, die das jetzt gerne von einem hätte und man genau aber auch weiß, also wenn ich jetzt das Privileg nicht abgebe, dann geht es mir besser als der anderen Person und die andere Person hasst mich dafür. Aber wenn ich das Privileg jetzt abgebe, sabotiere ich mein eigenes Leben. Auch kann ich auch nicht tun. Und ich glaube, und jetzt kommt das, worauf ich eigentlich hinaus will, dass Autisten, weil sie ja sehr wenig häufig oder weniger als neurotypische Menschen auf der Beziehungsebene denken und vielmehr auf der Abstraktionsebene, dass sie dann das nicht berücksichtigen in der Eins-zu-eins-Kommunikation oder in der Begegnung zwischen fleischgewordenen Menschen, dass man das auf der Beziehungsebene von diesen Menschen eben nicht verlangen kann, dass es diese Chancengleichheit gibt und sie stülpen sozusagen die richtige und wichtige politische Forderung über das Einzelindividuum drüber sozusagen. Also sie vermischen die Ebene, sie denken und handeln und fordern auf der abstrakt-politischen Ebene gegenüber einer Person, in der es aber gerade eigentlich nur eine Beziehungsebene gibt. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, natürlich. Ich kann natürlich nicht von jemandem, der jetzt Profimusiker ist, erwarten, dass der jetzt seine Fähigkeiten bitte schön niederlegt, weil ich selber eben nicht so gut hinkriege. Erstmal so, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Und da sehe ich das genau wie du. Das kann sehr gut auch der Hintergrund sein, warum das der ein oder andere Autist dann so vermengt miteinander oder nicht differenziert genügend. Ist natürlich, ich glaube, das kann man abschließend sagen oder muss man nochmal betonen, natürlich, das sind jetzt alles keine Sachen, die man nur bei Autisten findet. Genau. Aber ja, ich denke, die Frage hat sich ja sozusagen im Hinblick auf dieses Thema mit Autismus Schwerpunkt wurde uns gestellt. Und ja, wir haben es angeboten, Fragen zu beantworten und ich hoffe, wir haben das auch zufriedenstellend gemacht. Auch wenn es jetzt etwas philosophisch geworden ist. Keine leichte Frage. Es war einfach keine leichte Frage, ja. Würde ich auch nicht sagen. Und ich glaube auch, dass es nicht verkehrt ist, mal ab und an ein bisschen philosophischer zu werden. Also trockenen, nüchternen Autismus-Content gibt es ja da draußen auch genug. Da können wir uns das auch mal erlauben, mal ein bisschen philosophischer zu werden diesbezüglich. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Expertise und für deine Einschätzung und ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Ja, vielen Dank. Geht auch an dich. Ja, sehr gerne. Weitere Fragen natürlich auch von der Community gerne unter dieses Video schreiben. Wir freuen uns immer über Fragen und schreibt natürlich auch eure philosophischen Gedanken und Meinungen unter das Video. Wir bedanken uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Tom. und ja, eure Melanie. juga die 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 und